Also der Einnahmezeitpunkt von Medikamenten hängt sehr, sehr stark von einem Arzneistoff ab. So nimmt man beispielsweise Schmerzmittel, besser zum oder nach dem Essen, weil sie dann einfach verträglicher sind. Es gibt aber Stoffe wie Schilddrüsenhormone beispielsweise, die man auf jeden Fall morgens nüchtern einnehmen muss. Oder eben vor dem Essen einnehmen muss, wie einige Penicilline. Was bedeutet vor, während oder nach dem Essen? Also grundsätzlich kann man sagen, vor dem Essen bedeutet einfach tatsächlich kurz vor der Nahrungsaufnahme, während des Essens, logischerweise während dem Essen und nachher auch direkt im Anschluss. Nüchtern dagegen bedeutet, dass man es zumindest anderthalb Stunden vor der Nahrungsaufnahme zu sich nimmt oder nach der Nahrungsaufnahme. Wann ist man wieder nüchtern nach einer Mahlzeit? Also nach einer Mahlzeit dauert es etwa zwei Stunden, bis man wieder komplett nüchtern ist und dann gilt auch wieder dieser Einnahmezeitpunkt. Untertitelung im Auftrag des WDR Vielen Dank.